Ja Leute, was geht? Willkommen zu einer wunderbaren Aufnahme von Fortnite. Mit dabei heute der allumfassende, alles dominierende, wunderschöne Revenzeit und auch Hand of Blood. Guten Tag. Guten Tag. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Ne, hab ich echt nicht. War schon, war schon, ja, 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 ja. In meinem Kopf ging es schon so rum, ja, sagt er jetzt Hand of Blood oder Hand of Blood? Da bin ich ja gespannt. Revenzeit. Ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht. Mensch, Revenzeit, so wie Herr Newstime es sagen würde. Revenzeit. Leute, Krippelfinger-Squad ist back am Start und ich bin mal gespannt, Leute. Warte mal, aber ich gehöre nicht dazu, möchte ich kurz klarstellen. Ach, du hast den nicht in den Finger geschnitten beim Fortnite spielen? Darf ich ganz kurz fragen, ob du vielleicht dumm bist? Also ich weiß ja nicht, Max. Ne, tut mir leid, war ein bisschen blöd von mir, ne? Ja. Aber macht mal nichts, Max. Aber ist ja auch eine schöne Lehre dann für die, für die Jüngeren zu schauen. Ich hab ja auch extra gesagt, man soll sich nachmachen, ne? Also, wie bei WWE, bitte zuhause nicht nachmachen. Genau, nein, genau. Sollen wir, sollen wir da zähltet gehen, Max? Ja, da gehören wir hin. Da gehören wir hin, auf jeden Fall. Wenn wir direkt aufs Maul wollen, dann gehören wir da hin. Dann machen wir das nochmal. Ich hab ne Sniper und mehr nicht. Okay, ich hab ein Problem. Aber der ist super low. Also wenn du dich beeilst, der hat zwei Schrotflinten-Hits bekommen. Wo ist der? Aber der hat das gewollhackt. Ja, hier unten links. Ja, da, da, da. Baaat. Komm rein hier. Baaat! Komm rein hier. Ja, ja. Vorarbeit war 1A und, oh Gott. Komm, wir drunter zur Tankstelle. Wenn wir Glück haben, ist du da unten. Ja, hier in dem Haus waren wir halt noch gar nicht. Also, können wir uns halt auch reinbauen. Geht das? Kann man die Wände abbauen? Ja, klar. Ach, krass. Das ist aber dann neu, oder? Hä? Man konnte schon immer Wände abbauen. Oder meinst du jetzt auf das Gebäude bezogen? Also generell kann man... Ah, du verarschst mich. Ich verstehe. Ah, genau. Das ist einer meiner epischen Tollst, ne? Einer deiner Finden. Ja, ja. Hier im Haus ist jemand drin, ne? Ja. Ich geh mal links rein. Okay, hier ist eine Falle und hier baut jemand was ab neben mir. Da ist der verrückt. Okay, engage. Wo ist der? Ich seh die. Warte, warte, warte. Ich seh die auch. Oh, ich bin der Schrotflinn-Boy. Ja, ich bin einmal mit Schrotflinn-Sniper. Warte. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich warte, ich warte, ich warte. Aber wenn sich was anbietet, würde ich... Hab ich nicht getroffen. Schade. Ist nicht schlimm. Halt weiter drauf. Da bauen sich welche hoch. Arme nach. Von links oben, von links oben, von links oben der Turm. Oh, hier ist ein Crossbow. Oh mein Gott. Ich hab einen Crossbow, jetzt geht's ab, Junge. Oh. BAM, Junge! Oh mein Gott, Max, Granate! Granaten, Granaten, Granaten. Der ist oben genockt, der ist oben genockt. Ich hab einen genockt, ne? Komm, wir pushen hoch. Komm, wir pushen hoch. Komm, Max, komm, 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 komm. Ja, wo bist du? Ich dachte, du pushen hoch. Ach, da! Ja, 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 ja. Komm, Max, komm. Ja, ich bin leider runtergefallen. Alles gut, Max. Solange er sein Mate nicht wiederbeleben kann, ist alles in Ordnung, weißt du? Und das kann er gerade nicht. Okay, aber wir müssen jetzt da irgendwie hoch. Willst du da bitte eine Rampe hochbauen? Ja, komm. Geh. Gehst du vor? Oh, warum so denn? Dann bauen wir das hier einfach ab, Max. Dann bauen wir das hier einfach ab. Dann gehst du da hoch. Ja, cool. Komm, jetzt da hoch jetzt, Max. Jetzt wird jetzt hier nicht mal rumgezimpert hier. Ja, dann go. Auf jetzt. Da, er ist low. Max! Super, super. Du hast mich leider geblockt. Also Max, ey, was? Bitte? Maximilian! Maximilian! No joke, Alter. Max, also ganz... Max, ja? Gibt es hier eine Deathcam? Da, er ist low. Da kannst du mir jetzt nichts vorwerfen, mein Freund. Also die... Wir haben es ja schon gemacht, Rewey. Das waren zwei supergeile Sniper-Hits, Max. Und da bin ich jetzt tatsächlich als erster... Du bist mit dem Sniper hoch? Äh, nein. Ich hab... Also ganz ehrlich, Max. Das... Also da hätte ich jetzt besseres erwartet. Weil ich hab ihn ja gehittet, weißt du? Ja, hast du? Ja, hab ich. Schön. Und du nicht. Und da hättest du nachsetzen müssen, weißt du? Aber ist nicht schlimm. Ey, ist auch nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Okay, Rewey, weißt du was? Ja. Professionelle E-Sportler, ne? Mhm. Was, was, glaube ich, Casual-Gamer gar nicht so wissen. Bei professionellen E-Sport-Teams ist es tatsächlich so, wenn irgendjemand einen Move macht und Leute wegballert oder keine Ahnung, die pushen sich so übertrieben. Ja. Auf geht's, Max! Auf geht's! Max, du bist rausgesprungen! Ja. Du hast du hier markiert? Ja, ich setze manchmal meine Marker mal hier mal da. Alter! Du, Max. Ja, aber finde ich geil. Weißt du, das ist halt... Jetzt wird ein bisschen Spontanität. Richtig, genau, genau, genau. Jetzt wird einfach rausgeholt, was geht. Du, Max, da kommt noch ein anderes Team runter. Ist nicht schlimm. Okay, das holen wir uns einfach, oder? Die Mama weg, die Mama weg! Auf geht's, Mann! Ich bin näher unten! Okay, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Direkt vor mir, also direkt hinter mir quasi. Unten? Oben? Unten? An den Containern? Ja, an den Containern. Einer ist beim Container gewesen. Der hatte nicht mal einen Skin, der Arme. Hier, da, um die Ecke links. Äh, ich gehe rechts rum. Der geht hier rein, der geht hier rein. Okay, 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 ich komme. Chill, 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 chill. Ich muss nachladen. Hab ihn! Nice, Revi, nice! Okay, finish ihn, der Mate kommt. Ich sehe ihn gegenüber auf der anderen Straßenseite, Westen, zwischen den Gebäuden. Jetzt am roten LKW mit dem blauen Container drauf. Er ist jetzt im blauen Container, lootet eine Truhe. Verstehst du, so gegen Angaben, Revi. Zack, zack, zack. Gegenüber der... Ja, 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 pass auf. Da ist er. Fünf. Der chillt, chill. Mann. Hopp! Du hast ihn, nice! Nee, 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 ich hab ihn, ich hab ihn, Max. Ist aber auch gar kein Ding. Ja, ich hab ihn aber auch. Ja, du hast auch, du hast auch. Ich hab Ranged mit der Schrot die ganze Zeit auf dem Ballert. Ist doch mal ein interessantes Konzept, weißt du? Aber von free jetzt. Ich hab bestimmt so summiert 50 Damage gemacht. Ja, ja, eben, genau. Und darauf kommt's ja an. Ne, das ist mal zusammen hier. So, jetzt looten wir erstmal schön alles hier durch, Max. Ja. Und dann geht's weiter, ne? Jetzt können wir entspannt hier die Bumse bienen. Richtig, die Bumse bienen. Oh, auf mich wurde geschossen. Max, hier ist ein Busch. Hast du gehört? George W. Busch. Was denn? Hast du gehört? Auf mich wurde geschossen. Von wo denn? Weiß ich nicht, war ein Schalldämpfer. Sollen wir die nach Hause fahren? Oh mein Gott, von oben, vom Berg. Das war ein Snipe. Oh, ich hab dem 100 gegeben. Was? F***! Max, Max, wieso pusht ihr denn jedes Mal alleine? Nein, 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 die waren am Berg und ohne Witz, ich hab dem über 100 Schaden gegeben mit der Schrot. Locker. Schade. Ja, die sind quasi hinter dem Gebäude unten. Siehst du, da ist oben einer. Die haben krasse Skins, passt besser auf. Schönes Ding. Ja, den da am Baum, den nimmst du jetzt erst mal. Oh, das fing so gut an, Rewe. Schade. Da kamen halt noch zwei Jochens, ne? Die lassen uns noch nicht in Ruhe. Immer der Streamer-Fokus, nervt mich. Oh, er kommt da oben. Er baut sich hoch, er baut sich hoch. Ja! Der hat gefressen, Junge. Jetzt runter mit der Schrot. Schrot, 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 Schrot. Du bist es. Finish, finish. Zerstör die Lobby. Fokus, ja! Schön, das war wichtig. Natürlich war das wichtig. Oh, der ist jetzt auf Rache aus. Weiter, weiter, weiter. Der ist immer noch dahin. Weiß ich nicht, oder? Der hat da unten einen Raketenwerfer. Da ist er. Ja, gib ihm. Lieber nochmal Deckung und Schilddrank. Ich hab keinen mehr. Ah, schade. Hat er mich natürlich. Aber er muss alleine spielen. Er muss alleine spielen. Er muss alleine spielen. Ja, der kann nach Hause gehen. Richtig, genau. So, das hast du davon. Das hast du davon. Das hast du davon. Max, wann ist denn jetzt der Punkt, wo du die Kills machst? Das finde ich jetzt toxik. Achso, ne, ne, ne. Max, 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 Alter, du holst das Ding jetzt. Auf geht's. Gemeinsam machen wir das jetzt, Max. Als Team. Okay. Ja. Ich trinke doch gerade einen Eiweißshake. Ich trinke doch gerade einen Eiweißshake. Achso, Mensch, sag mir das doch vorher. Das ist boosted natürlich. Hast du deinen nicht getrunken? Ja, ich dachte nicht, dass wir jetzt heute so durchziehen wollen. Max, wir haben doch unser ESL-Team nicht umsonst gegründet. Ja. Hand Inside. Geiler. Oh. Oder? Oh. Kann man da? Hand Inside. Der Name, der Name Hand Inside, Alter, das ist es. Ey, warum haben wir den beim Ball nicht genommen? Das ist ja richtig traurig, Alter. Wir sind, überall haben wir unsere Finger drin. Okay, darf ich mal sagen, wo wir hingehen? Max, jetzt liegt es an dir. Auf. So, jetzt kommen nämlich geballte Erfahrungen. Pass mal auf. Okay. Achtung, und? Ja, nee, klar. Das dauert halt ein bisschen, bis wir da sind, aber dann springen wir jetzt gleich schon raus, oder? Pass auf. Ich sag dir, wie es laufen wird. Okay, sag mir. Da kommt mit uns zusammen ein Team. Die ballern wir weg, weil wir besser fliegen. Wollen wir nicht rausspringen? Nein. Nee. Und, äh, jetzt rauspringen. So, das heißt, wir looten die Häuser. Ja. Dahinter ist nur ein Baugerüst. Da können wir auch richtig looten. Wir haben da die Ruhe selbst. Wir können ganz entspannt in die Zone gehen. Und gute Fights nehmen, nicht dieses Gebumse in der Stadt, weißt du? Nee, 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 klar, klar, klar. Schön. Nein, hier sind noch zwei. Ja, die sind bei dir. Ja, aber ich habe hier vielleicht eine Waffe, und kann ich sie schon aus der Luft abballern. Was? Hättest du runtergekommen? Max, alles gut. Soll ich zu dir kommen? Ja, klar. Äh, hier sind bei mir zwei Dudes, die eine Spitzhack haben. Hab einen. Ja, nice. Ich wurde gesniped. Ich... What? Von wo? Wenn du zu mir guckst, links, links die Hütte, links die Hütte. Ja, her, her, her. An der Hütte, er baut, er baut. Du hast eine Armbrust. Ist dein Mate auch down? Ah, ist so ärgerlich, weil ich habe halt... Ich versuche mal, es zu dir zu krabbeln, und wenn er auf mich schießt, kannst du ihn hitten, okay? So machen wir es, okay? So machen wir es. Ey, er pusht dich links, auf dem Hügel. Nein! Das war aber ein anderer, ne? Oh, Tatsache! Okay, ich weiß aber, wo der Mate von dem hier ist. Der ist vor mir rechts. Achte bitte drauf. Rechts von dir baut jemand. Ich muss erst mal Munition holen. Okay, aber du kannst mich hier hochholen, denke ich. Ich habe nämlich nur noch 35 Leben. Oh Gott. Es kann sein, dass sein Mate dann dahin gekrabbelt ist, und er ihn schon wieder beliebt hat. Er kommt, er kommt, er kommt. Warte, ich spiele auf Zeit. Ah, ich habe ihm... Der Linke ist... Dem habe ich gegeben, dem Linken. Bam, Junge! Nice! Wow, was geht denn ab, Revi? Komm hierhin, Max. Komm hier rein. Komm hier in die kleine Burg. Ich schieße dir mal alles schon low, das ist cool. Oh mein Gott. Alter, können die uns bitte in Ruhe lassen? Das ist nicht normal. Das gibt es doch nicht, Max. Ey, wie viele Teams kommen denn hier hin, auf dieses Kackfeld 10 Meilen? Warte, 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 warte. Ich will Steps hören. Okay, Steps vor unserer Tür. Max, er ist low, ja! Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Zieh mich hoch, mein Freund. Alter, können die uns bitte alle in Ruhe lassen? Junge, 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 Junge. Unverschämtheit, Alter. Was ist denn das hier für ein Spot, Junge? Das ist ja noch schlimmer als Tilted Towers hier. Ja, aber guck mal, jetzt läuft's doch, ne? Hier, Max, da liegt eine grüne AR für dich. Ich nehme mir mal die Banaginus. So, Max, jetzt gehen wir mal rüber zu den Häusern hier. Ja, Alter, vor allem jetzt beginnt erst das Looten. Die haben schon alles herangetragen, alles. Junge, es leben auch noch nur 37 Leute. Weißt du, was der Trick ist? Wenn man die Bäume nicht ganz abbaut, dann sieht der Gegner nicht, wo du bist. Cool. Ja, also, voll hier. Den hast du angehittet, ne? Ja. Ne, lass den ruhig stehen, Max. Das ist alles super. Ja, du warst nicht fertig. Achso, ne, klar. Wenn schon, dann richtig. Das könnten wir tatsächlich holen, Junge. Das könnten wir holen. Das könnte unsere geile Zeit sein. Na klar. Warte, ich deute mal kurz meine Facecam neu. Jetzt kommen Gegner und wir verkacken. So. Hast du gefabt, kurz? Natürlich. Ja, ich kann ja nicht mehr klatschen wegen meinem Finger, Alter, weißt du? Deshalb muss ich mir auf die Brust trommeln, wie so ein Gorilla. Wir haben ja richtiges Tonglück auch, Alter, ne? Ja, das ist geil. Unverschämt, Alter. Wahnsinn, wie die zwei hier spielen. Das ist der Hammer, das ist der Hammer. Ja, das ist halt Movement. Das ist wie bei der dritten Ballrunde, weißt du? Wo ich mir gesagt hab, komm, Rewi, wir sind kacke, jetzt reicht's. Jetzt rotieren wir. Max, das Leben noch zwölf Leute. Ja, das holen wir easy. Max, was ist das für eine Runde, Alter? Wir move mal rechts vorbei, rechts ist noch ein Hügel. Der Hänselbeche, Westen. Wir sind nicht in der Zone, lass das links in die Zone. Die sind auch nicht in der Zone. Wenn wir jetzt eher in die Zone sind, kommen die wahrscheinlich gegenseitig ab. Ja, die haben auch beide Sniper, die haben auch beide Sniper. Willst du gewinnen oder killst? Ne, gewinnen jetzt natürlich, Max. Okay, dann nach links. Die müssen halt übel laufen. Na ja. Die müssen, aber die können auch nach links laufen. Dann können wir sie ja anfangen abzuschießen. Sollen wir jetzt schon schießen? Es nehmen noch sieben andere. Sollen wir jetzt schon schießen? Wenn sie jetzt auf eine Fläche laufen, ja. Er läuft unten bei den Barrikaden lang. Kein Fingler ja nicht, aber er verbaut all seinen Ressourcen. Das ist ganz nice. Die müssen jetzt laufen. Die sind gleich nicht mehr in der Zone, schätze ich. Ja, die laufen dahin. Ja, lohnt nicht mehr, lohnt nicht mehr. Wir müssen, äh, move'n. Oh, ja, von links, von links. Einer hat Hit. Einer ist super low hinterm Baum, der? Oh, ich hab kein Holz mehr. Anderer ist auch low? Ich und mein Holz. Den linken hab ich nochmal gehittet. Ja, der rechte am Baum ist super, super low gewesen. Oh, den am Baum hab ich auch nochmal zweimal gehittet. Scheiße. Problem ist, dass ich nicht mehr so viel Money hab, Baby. Ja, die werden, glaube ich, von der anderen Seite gepusht. Ja, ja. Wo ich hin, wo ich hingehe? So ungefähr, ja. Die werden gerade gepusht von einem anderen Team, von einem anderen Team. Von links, von links, direkt vor mir, direkt vor mir. Ich hab nur vier Sniper-Schuss, Max. Wenn du mir eben was gedoppt hättest, das wär's natürlich jetzt gewesen, sag ich mal. Du, Max, wenn du jetzt zurückkommst, ja direkt hier vorne links, weil du unter dem Strom hast, am Berg, da ist ein Einspieler drin. Der ist so low, Alter, der ist so low. Ja, der ist jetzt hinter der Stahlwand, hinter der einen Stahlwand, die da vorsteht. Okay, der wird gepusht, Max, ich hab keinerlei Schüsse mehr. Ja, ich hab dem, ich hab dem beiden gegeben. Einer lockt, einer lockt. Komm, Max, wir pushen, wir pushen, pushen. Der ist nocked, der ist nocked. Komm, der ist nocked. Ich hab sieben Schüsse in meiner Eier. Schieß weiter drauf, schieß weiter drauf, Max. Ich hab keine Muni mehr, ich hab keine Muni mehr. Ich werf eine Dance-Granate. Max, hol das Ding, hol das Ding. Ich hab leider keine Rohstoffe mehr. Der wird seinen Mate nicht mehr hochholen können, der steppt genau vor mir. Ja, ich kann dich nicht hochholen, ich bin super low, ich hab ein HP. Echt jetzt? Ja. Ach, fuck. Hast du noch Granaten oder sowas? Nein. Der pusht links, links, links. Oh, der hat Schild. Nein! Alter, ich hab dem noch 100 abgezogen, hast du es gesehen? Oh mein Gott, wie viel Leben hatte der noch? Ich hab dem erst 45 Schild abgezogen, dann 47 blieben. Wir hatten viel zu wenig Munition, Max. So sei es drum. Aber trotzdem, nettes Game, Leute. Zwei da geworden. Ist aber nicht so schlimm, muss ja nicht jede Runde ein Win sein. Hat trotzdem Spaß gemacht, Max. Ja, gut, Leute. Dann, ne? Lasst mal einen Daumen nach oben da, schaut mal mit dem Max vorbei. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschau. Tschau.